Römlemund war ein sybischer König des Sübenreiches in Galizien in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Er soll der Sohn des Sübenkönigs Maldras gewesen sein und gilt als der letzte chronologisch fassbare Sübenkönig vor der Quellnamenphase des Periodo Obscuro. Römlemund ist möglicherweise mit seinem vermeintlichen Vorgänger Rechimund identisch. In einigen Quellen wird für diese Zeit stattdessen Toresmund als König der Süben bezeichnet. Möglicherweise handelt es sich dabei um Theoderich II, König der Westgoten, der die Vorherrschaft über die Süben erlangt hatten. Römlemund war demnach zunächst nur Vassal der Westgoten. Römlemund und Rechimund. Obwohl oder gerade weil sich fast alle Überlieferungen der Vorgänge seit den germanischen Invasionen auf der iberischen Halbinsel auf eine einzige Quelle. Die Chroniken des römischen Bischofs Hydatius von Aquia Flaviae berufen, streiten Historiker darüber. Ob Römlemund und sein vermeintlicher Vorgänger Rechimund identisch oder zwei voneinander verschiedene Herrscher waren. Möglicherweise hatten Kopisten nach Hydatius die beiden ähnlich klingenden Namen zu einer Person zusammengefasst. Dies aber nicht konsequent bis zum Ende durchgehalten. Der gleiche Namenswechsel taucht auch bei der auf Hydatius basierenden Chronik des Isidor von Sevilla auf. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts waren im Zuge der Völkerwanderung Vandalen, Alanen und Süben in die zum Weströmischen Reich gehörende iberische Halbinsel eingedrungen. Rom musste sich der föderierten Westgoten als Hilfstruppen bedienen, die zweimal intervenierten, um die Vandalen nach Nordafrika zu vertreiben, die Alanen zu vernichten und die Süben nach Galicia im Nordwesten der Halbinsel zurückzudrängen. Formal wurde die römische Herrschaft nochmals wiederhergestellt. Faktisch aber entstand eine römisch-westgotische Doppelherrschaft und die Süben fielen unter westgotische Oberhoheit. Nach dem Tod Eilfs des westgotischen Militärgouverneurs im eroberten Sübenreich erhoben sich die Süben und Kürten Maldras zu ihrem König. Gegen Maldras führte der von einer anderen sübischen Fraktion erhobene König Fremtas einen inner-sübischen Bürgerkrieg. Fremtas soll Hydatius zufolge Maldras' Bruder gewesen sein. Während Fremtas die Hauptstadt Braga und den Süden Galiciens regierte, beherrschte Maldras den Norden Galiciens. Nach Fremtas Ermordung scheint Maldras kurzzeitig die Süben wieder vereint zu haben. Ehe er 460 selbst ermordet wurde und zwischen seinen Nachfolgern erneut ein Bürgerkrieg ausbrach. In Braga herrschte Frumia, in Orense und Luge herrschte Rechimund. Unterschiedliche Quellen gaben gegensätzliche Auffassungen wieder. Römimund, Rechimund und Fruma waren Söhne des Maldras. Frumia war kein rivalisierender Bruder, sondern ein Rebell gegen Römimund, Rechimund. Der Name des Fruma lässt eine Vaterschaft Fremders möglich erscheinen. Rechimund war ein Sohn bzw. Nachfolger des Fremders und nicht identisch mit Römimund. Römimund und Theodorich II. Römimund setzte auf westgotische Hilfe, schickte Emisere zu König Theodorich II. und heiratete eine westgotische Prinzessin. Nach Frumias Tod konnte sich Römimund schließlich als Alleinherrscher aller Süben durchsetzen. Der Preis für die westgotische Anerkennung war ein westgotisch-sybisches Bündnis. Und unter dem Einfluss des von Theodorich entsandten Missionars Ajax konvertierte Römimund spätestens 466 vom katholischen zum arianischen Christentum. Aus Galizien, Lusitanien und der Betheke zog Theodorich den Großteil der westgotischen Truppen ab, um die westgotische Position in Galien zu festigen und auszubauen, Römimund und Lusidius. Nach der Ermordung Theodorichs durch Eurich agierte Römimund wieder unabhängig von den Westgoten. Das westgotisch-sybische Bündnis zerbrach ebenso wie das westgotisch-römische Bündnis. Da Eurich aber damit beschäftigt war, den römischen Kaiser Entemius zu bekriegen und Galien zu erobern, schien er zunächst bereit, Römimunds Expansion in Galizien und Lusitanien zu tolerieren. Die Süben konzentrierten sich dabei zunächst mehr auf die Plünderung der umliegenden römischen Siedlungen als auf deren dauerhafte Beherrschung. Dabei gerieten sie vor allem in Asturien, aber auch in Astorga und Palensche sowie in Saragossa und Pamplona mit den Westgoten aneinander. Die ähnliche Absichten verfolgten. Im Wettlauf mit Eurich um die Reste des römischen Gebiets auf der Halbinsel besetzte Römimund 467 oder 468 Konimbriga. Die römische Bevölkerung wurde verschleppt oder flüchtete und gründete stattdessen Coimbra. Angesichts der Wahl zwischen plündernden und zerstörenden Süben und plündernden und zerstörenden Westgoten schienen den Römern der Region die Süben das kleinere Übel zu sein. Mit Billigung der lokalen römischen Bevölkerung übergab der römische Gouverneur und Befehlshaber der Stadtmiliz Lissabons, Lucidius, 468 oder 469 die Stadt an die Süben, um sie nicht in westgotische Hände fallen zu lassen. Das bewahrte Lissabon zwar nicht vor der Plünderung durch die Süben, seine Einwohner aber vor Ermordung, Verschleppung oder Vertreibung. Lucidius, der faktisch kaum eine andere Wahl hatte, wurde von nachfolgenden Chronisten zu Unrecht als Verräter bezeichnet. Alarmiert durch den Fall Lissabons verstärkten die Westgoten ihre Truppen in Lusitaniens Hauptstadt Emerita Augusta, eroberten entgültig Saragossa und Pamplona und verwüsteten die sybisch beherrschten römischen Gebiete Asturiens. Im Bemühen um ein sybisch-römisches Bündnis gegen die Westgoten entsandte Römimund 469 den Römer Lucidius zu Kaiser Entemius. Doch von weströmischer Seite war nach den gescheiterten Feldzügen gegen die Vandalen und angesichts mehrerer Niederlagen gegen Eurich keine Hilfe. Mehr zu erwarten. Im Gegenzug verdrängte Eurich ab 470 die Sybin aus Lusitanien. Entemius wurde nach der Eroberung Roms durch Rizima getötet, doch nur zwei Monate später starb auch Rizima. Periodo Obscuro Unmittelbar nach der Entsendung des Lusidius endet die Chronik des Hydatius plötzlich. Je und abrupt vermutlich mit dem Tod des Chronisten 469. Über die auf Remimund folgenden Sybenkönige konnte Hydatius nicht mehr berichten. Und auch Isidor, der es hätte tun können, ignorierte sie offenbar wegen ihres vermeintlich ketzerischen arianischen Glaubens. Wann und wie Remimund gestorben und wann kurz darauf Lissabon an die Westgoten gefallen war, liegt daher im Dunkeln. Zwischen Remimund und König Theodemund klafft eine rund 80-jährige Lücke in der Geschichtsschreibung. Diese Epoche der Geschichte Galiciens und Portugals wird daher als Dunkle Epoche bzw. Periodo Obscuro bezeichnet. Zahlreiche Dokumente, Quellen und Chroniken wurden während der römisch-sybisch-westgotischen Kämpfe vernichtet oder verschwanden. Ein Großteil der wenigen noch erhalten gebliebenen Abschriften dürfte schließlich beim Erdbeben von 1755 verbrannt sein.